Es sind nicht alle Jäger, die das Horn blasen, von Charles Spurgeon. Wenn man ein Licht an beiden Enden anzündet, so wird es bald verbrannt sein. Wohl mag der sich den Kopf kratzen, der sein Licht an beiden Enden anzündet, aber mag er tun, was er will, sein Licht wird bald erloschen sein, und er wird im Dunkeln sitzen. Der junge Jakob ohne Sorge vergeudete sein Vermögen, und nun hat er keine Stiefel an den Füßen. Bei ihm hieß es, leicht erworben, schnell verdorben, wie gewonnen, so zerronnen. So stand es bei Jakob, sein Geld brannte Löcher in seine Taschen. Er konnte es allein nicht schnell genug loswerden, deshalb legte er sich eine ansehnliche Anzahl von Freunden zu, ihm zu helfen, und sie taten es, indem sie sich selbst halfen. Sein Vermögen verschwand wie ein Pfund Fleisch in einem Rudel Hunde. Er war jedermanns Freund, und nun ist er jedermanns Narr. Er erbte das Geld des alten Senators gierig, denn er war sein Neffe, aber, wie das Sprichwort sagt, der Prasser war der Erbe des Sammlers. Gott ist sehr gnädig gegenüber manchen von uns gewesen, indem er uns nie mit Geld überschüttete, denn die meisten Menschen können sich nicht auf den Füßen halten, wenn eine große Glückswelle sie umströmt. Viele von uns wären größere Sünder geworden, wenn uns größere Geldbeutel anvertraut worden wären. Der alte Herr hatte sein Nest weich ausgefüttert, aber Jakob ließ die Federn herumfliegen wie Schneeflocken zur Winterszeit. Nachdem er die Zinsen vertan hatte, fing er an, das Kapital zu verschlucken und tötete so die Gans, welche die goldenen Eier legt. Er verschwendete sein Silber und Gold auf höchst unverantwortliche Weise. Er wollte nicht schnell genug weggehen, deshalb kaufte er Rennpferde, die damit fortliefen. Er fiel in die Hände von Betrügern und geriet in Gesellschaften, von denen man nicht gerne viel spricht. Nur dies sei gesagt, wenn Damen in solchen Kreisen lächeln, dann weinen Männertaschen. Sie sind ein Brunnen ohne Boden und je mehr ein Narr hineinwirft, desto mehr muss er nachwerfen. Die größte Schönheit verursacht oft den größten Ruin. Wein, Weib und Gesang sind genug, einen Fürsten zum Bettler zu machen. Trinken und trinken lassen, war sein Wahlspruch. Jeder Tag war ein Feiertag und jeder Feiertag war ein Fest. Die besten Weine und die teuersten Leckerbissen behagten seinem Gaumen, denn er wollte das Leben eines Schweins führen, von dem gesagt wird, es sei kurz und süß. Das ist wahr, und so sank er bis zur tiefsten Tiefe hinab. Ein fetter Tisch macht ein mageres Testament, aber er kann sein Testament auf den Nagel seines Fingers schreiben und hat noch Platz für ein Dutzend Nachträge. Ja, er wird überhaupt gar kein Testament brauchen, denn er wird nichts hinterlassen als alte Schulden. Von all seinen Gütern ist nicht genug übrig, ihn begraben zu können. Von dem, was er in seinem Wohlstand wegwarf, hätte er bis ans Ende seines Lebens einen Rock auf dem Rücken und einen Huhn im Topf haben können, aber er sah nie weiter, als seine Nase reichte und konnte nicht bis zum Ende derselben sehen. Er verlachte die Vorsicht und nun lacht die Vorsicht über ihn. Die Strafe ist ein Hinken der Bote, aber zuletzt findet sie den Schuldigen. Er zahlt die Kosten seiner Torheit mit Leib und Seele, mit Gut und Blut, und doch ist er immer noch ein Narr und würde wieder nach derselben Pfeife tanzen, wenn er die Gelegenheit noch einmal hätte. Sein leichter Beutel bringt ihm ein schweres Herz. Wie der, welcher abends betrunken ist, morgens trocken ist, so spürt der, welcher Geld verschwendete, als er es hatte, umso mehr den Mangel, wenn es fort ist. Seine alten Freunde haben ihn im Stich gelassen. Sie haben die Zitrone ausgepresst und nun werfen sie die Schale weg. Ihr könnt ebenso gut Milch von einer Taube erwarten, wie Hilfe von einem Kameraden, der euch um die Zeche willen liebte. Zechbrüder lassen dich in der Not alleine und versetzen dir einen Tritt, wenn du am Boden bist. Dem Jakob fehlt noch viel mehr als Geld, denn sein guter Ruf ist dahin und er ist wie eine verfaulte Nuss nicht des Aufknackens wert. Die Nachbarn sagen, er ist ein Nichtsnutz und taugt nur noch zu Vogelscheuche. Niemand will ihn als Arbeiter haben, denn er würde sich nicht einmal sein Brot verdienen und so geht er von Pontius zu Pilatus und hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Besser als ein goldener Gürtel ist ein guter Name, doch wenn dieser verloren ist, was bleibt einem Menschen noch? Ja, was hat er noch? Nichts auf Erden. Aber der verlorene Sohn hat noch einen Vater im Himmel. Möge er sich aufmachen und zu ihm gehen, zerlummt wie er ist. Er mag nach dem Schweinetrug riechen und doch darf er geradewegs nach Hause eilen, er wird die Tür nicht verschlossen finden. Der große Vater wird ihn voller Freude begrüßen, ihn küssen, all seinen Schmutz abwaschen, ihn kleiden und ihm helfen, ein neues und besseres Leben zu beginnen. Wenn es mit dem Sünder am allerärgsten steht, ist er doch nicht so schlecht für den Heiland, vorausgesetzt, dass er sich von seinen Sünden abkehrt und zu Gott um Gnade schreit. Es ist eine lange Gasse, die keine Wendungen hat, aber die beste aller Wendungen ist, sich von ganzem Herzen zum Herrn zu wenden. Der große Vater im Himmel will dem reugen Sünder helfen, dies zu tun. Wenn die eigene Kerze ganz niedergebrannt ist, gilt, die Sonne am Himmel scheint immer noch. Sieh, du Armer an deiner Verkommenheit, sieh auf Jesus und lebe. Seine Erlösung wird dir ohne eigenen Verdienst und umsonst zuteil. Wenn du auch keinen Pfennig hast, um dir irdischen Dingen etwas Gutes zu tun, der Herr Jesus will dir umsonst Gutes tun. Die Tiefen deines Elends sind nicht so tief wie die Tiefen der Barmherzigkeit Gottes. Wenn du treu und ehrlich im Bekennen der Sünden bist, für die du um Vergebung bittest, so wird Gott sich als treu und wahrhaftig erweisen, indem er deine Sünden vergibt. Doch ich bitte dich, bleib keinen Tag länger so wie du bist, denn der heutige Tag kann vielleicht dein letzter sein. Und wenn du nicht auf ein schlichtes Wort von Hans Pflüger hörst, das er dir im Nutzen weitergeben will, dann denke an jenes alte Gedicht, das sich auf einem Grabstein wiederfindet. Gold zu verlieren, wiegt wahrlich schwer. Todkrank zu sein, wiegt noch viel mehr. Wer aber Christus von sich stößt, der bleibt auf ewig unerlöst.